ein wunderschönen sonntagmorgen es ist 10 uhr und es ist zeit für das e videos frühstück bei dem wir uns der team also elektromobilität system der letzten woche uns ansehen und widmen und wir das ganze ein bisschen interaktiver machen dazu gibt es einen chat wo ich euch auch immer sehr gerne begrüße im moment hat schon der mario cupparetti der raimund stapelfeld sasa bings thomas havlik torsten wagner der blauzahn nein eagle one gerhard ratermann und der herr dohle geschrieben das wären sicherlich noch mehr auch wenn ich euch ein bisschen versetzen musste da der plan letzte war nicht ganz aufgegangen ist an meinem geburtstag waren doch wieder erwarten auf einmal überraschungs gäste da und damit gab es dann ein großes frühstück da leider ohne videos fahren wir nämlich außer haus waren aber ich denke ihr seid da gut versorgt worden auch von den anderen kanälen die darüber ja berichten und ich meine diese woche den frank auch wieder live gesehen zu haben der aus seinem urlaub zurück somit sind nicht mehr der offizielle urlaubsvertreter vom frank schräg oder dem frank von schräg jetzt schreibt noch der alfred a der kurt hafner schreibt noch unter der stöcker ist auch mit dabei sehr schön ja ihr macht schon genau richtig der kurt hafner hat es auch schon gemacht wenn etwas direkt an mich gehen soll was ich auch noch in der sendung mir angucken soll und gegebenenfalls beantworten soll dann ein ad fair mit einem mit einer 1 statt dem i und dann eure frage in die kommentare danach oder dann wird es hier mir orange hinterlegt und ich kann darauf eingehen ansonsten haben wir genügend versierte zuschauer dabei das heißt viele fragen werden auch schon da beantwortet und häufig werde ich da auch berichtet wenn ich dann mal irgendwie blödsinn erzählt habe so die woche geht los mit eigentlich einer meldung die noch aus der vorigen woche war ich wollte sie trotzdem ansprechen denn viele tesla drei besitzer sind durch ein software update 20 prozent schneller geworden und warum möchte ich das ansprechen ich habe die woche fing bei mir an dass ich auf einem ja doch drei täglichen workshop waren auf der rückfahrt an einem fast net charger den i3 aufgeladen habe was bei mir auch eigentlich absolut in ordnung war ich habe da irgendwie 20 minuten stehen müssen es war aber neben mir ein model 3 aus salzburg und der hat in den 20 minuten so viel geladen dass er gesagt hat er kommt damit jetzt locker bis nach salzburg das heißt die ladezeiten haben sich dort verkürzt weil einfach mehr kilowatt in der gleichen zeit in das fahrzeug einlaufen können hier sehen wir einmal die unterschiedlichen ladekurven von den unterschiedlichen versionen das ist also ab der version 19 20 2 dass dort doch ein eine wesentliche verbesserung über alle ladezeiten also nicht nur irgendwie am anfang oder oder in irgendwie in einem peak in der mitte sondern wirklich über die ganze gesamte ladezeit das hoch ist jetzt ist das natürlich hierbei nach 30 minuten gekappt worden weil dann auch 80 prozent erreicht sind das ist dann der nächste punkt den wir uns angucken müssen das wird wahrscheinlich bei vielen fahrzeugen dann eines tages mal ja die regel oder beziehungsweise alles darüber wird dann mit einem höheren tarif oder sogar mit strafen belegt einfach damit die ladesäulen möglichst schnell wieder frei werden und zum einen mehr fahrzeuge fahren können und zum anderen auch dass das ganze thema für die ladesäulen anbieter irgendwie mal lukrativ wird damit die auch damit mal geld verdienen können heute ist irgendwie wohl so der schnitt von einer ladesäule liegt glaube ich bei acht jahren return on investment also das heißt nach acht jahren ist so eine ladesäule dann komplett Ja abgeschrieben ist sie sowieso aber dass das geld was damit verdient wurde ist gleich den kosten die dafür entstanden sind das ding dahin zu stellen zum glück gibt es da ja auch eine förderung zumindest in deutschland von der bundesregierung für diese für die ausbau der ladesäulen so weiter geht es mit vw da gab es auch einen interessanten besuch beim Markus lanz von herrn dies der Sich nicht ganz zu jedem thema in die karten schauen lassen wollte aber eigentlich schön sachlich auch darüber diskutiert hat und eigentlich auch auf dem Verständnis der der leute oder der uns in der blase der der elektro fahrer ist also Er sagt eigentlich dass an der an den batterie elektrischen fahrzeugen keinen weg vorbei führt Weiß aber auch dass es auf dem weg dorthin Gegebenenfalls auch die die thematik mit der elektrifizierung also plug-in hybriden noch ein großes thema werden soll soll und dann gibt es ja immer wieder die diskussion dass bei Wie soll ich das sagen vw oder in dem vw konzern die batterie Rohstoff bestellung oder die zellen bestellung von den 45 unterschiedlichen herstellern aus fern aus dass das nicht ganz dem entspricht was vw haben will und das ist jetzt hier in einem bericht wo sie zumindest sagen für die ersten paar jahre ist dieser ramp-up den sie brauchen also dieses hochfahren von den benötigten batteriezellen ist definitiv gesichert dass das kommt so und danach möchte gerade vw ja mit nors volt zusammen eigene gigafactories haben und ihre eigenen batterien bauen Da schauen wir mal wie schnell das hochgeht und vor allen dingen was da so aus diesen fabriken dann später raus purzelt vielleicht ja sogar schon die nächste generation der batterien also in richtung solid state wo ja viele hersteller drauf warten oder drauf setzen so dann general electric die müssen ihre oder gaskraftwerke die sie gebaut haben 20 jahre früher vom netz nehmen weil die nicht mehr benötigt werden ist falsch aber die nicht mehr finanziell sind machen und das sind noch gaskraftwerke die sind für einen ständigen betrieb vorgesehen gewesen haben natürlich sehr hohe investitionen da reinfließen lassen gerade auch die kunden haben da sehr hohe investitionen reinfließen lassen und es stellt sich jetzt halt raus dass die unökologische nicht um ökologisch ökonomisch sind und dass diese kraftwerke 20 jahre vor dem ende vom netz genommen werden beziehungsweise als puffer speicher genutzt werden also das puffer speicher oder beziehungsweise als puffer energie erzeuger dass wenn wirklich mal die erneuerbare energie oder die energie die produziert wird von dem von dem strommix nicht ausreicht dass diese geräte dazu geschaltet werden und zum beispiel mit mit erdgas mit methan mit was auch immer diese dinge dann befeuert werden das wird auch wahrscheinlich bei uns in deutschland ein thema werden wie wir die letzten 20 prozent unseres strommixes also an den tagen wo die sonne eben nicht scheint wo nacht ist und wo kein wind geht wie man das abfedern kann und da könnte man die heutige infrastruktur die wir haben also diese großen gas ähm reserven könnte man dort voll machen ähm auch zum beispiel mit mit ökologisch hergestellten gas also wie nennt sich das e fuels also mit strom erzeugten methan zum beispiel und dass das dann später freigelassen wird ähm oder man geht halt in die abhängigkeit und nutzt wirklich noch ähm fossiles gas was ähm ja eigentlich immer noch häufig als ein nebenprodukte denn das ist eigentlich noch falsch ist ein abfallprodukt bei der produktion oder bei dem ähm sammeln ein erschürfen von von ähm öl dann teilweise nur abgefackelt wird und nichts damit gemacht wird so gucken wir einmal hier in die runde da ist weiter nichts dazu kommt sehr schön dann ähm ja wir haben alle so auch so ein bisschen in der blase angst wie dann unsere fahrzeuge die eigentlich so wie sie sind nämlich super leise eigentlich auch am schönsten sind wie sie dann klingen werden wenn dann ähm der kollege von clean electric sagte ist wenn sie so eine kakophonie dann dazu bekommen äh zu komponiert bekommen dass die fahrzeuge nach alles klingen nur noch nicht nach fahrzeugen und hier geht ähm bmw wo es ja diese woche noch einiges an news gleich geben wird einen ziemlich interessanten und schönen weg weil hier wird nämlich einer der wahrscheinlich ähm bekanntesten und auch erfolgreichsten komponisten ähm hans zimmer ähm engagiert um diesen fahrsound zu kombinieren für zukünftige bmws das heißt dass das vielleicht doch kein ähm ja gepiepe oder rumgesuche ist wie wir einige fahrzeuge wenn man dort das ähm diesen diesen fußgänger warnton anmacht ähm verschreckt werden sondern dass das gegebenenfalls auch wirklich ähm interessant klingen könnte wie gesagt gerne diesen weg ich halte ihn aber für überflüssig für mich ähm wäre es schöner wenn die fahrzeuge keinen leer machen müssten so dann eine news die ich klasse fand und zwar ist hier ein ähm testfahrzeug entwickelt worden auf basis eines ähm nissan env 200 der in einen eistruck ein eiswagen umgewandelt wurde ähm und ähm dass es in großbritannien passiert oder besser gesagt in schottland wahrscheinlich wird man mir da gerade den kopf dafür abreißen als ich gesagt habe in großbritannien also in schottland und äh ist wie gesagt ein ähn Einzelfahrzeug einfach um zu zeigen was die möglichkeiten von oder bei elektrischen fahrzeugen sind und das fahrzeug kann rein theoretisch Komplett ohne dass ähm Stromleitungen gelegt werden müssen ähm dann auch den ganzen tag operieren ähm in den meisten fällen wenn wenn man ähm auf irgendwelchen Jahrmärkten, Wochenmärkten, Kirmesten, äh was auch immer steht haben die fahrzeuge ja sogar die möglichkeit auch dort angeschlossen zu werden das wäre ja hier natürlich noch besser Ups so und dann gibt es endlich News um dieses sagenumwogene Projekt Leitje wir haben darüber mal gesprochen das ist ähm ein Hersteller und wir haben es damals gesagt ist ein niederländischer Hersteller oder ein niederländisches Startup-Unternehmen was einen ähm ein Claim also eine Aussage gemacht hat dass sie ein Fahrzeug herstellen was äh 450 Meilen oder über 700 Kilometer weit fahren können soll und dieses Fahrzeug sich bei der Fahrt selbst aufladen kann also ähnliches Konzept wie auch bei bei dem Sion der kann sich zwar nicht während der Fahrt aufladen aber kann wenn er steht aufladen und warum ist das bei Leitje so interessant also Leitje ist ähm entstanden aus dem Gewinnerteam der World Solar Challenge also dort ging es darum durch Australien ein Rennen ähm zu fahren mit einem ähm ähm rein solarbetriebenen äh Fahrzeug das haben sie gewonnen und da drauf haben sie dann festgestellt als sie sind sich das Zahlenwerk angeguckt haben dass es realistisch ist solch ein Fahrzeug auch ähm serienmäßig herzustellen so jetzt sind wir erstmal vorsichtig was serienmäßig bedeutet und was sie denn da vorgestellt haben bisher hat man nur ähnlich wie bei Tesla so Teaser gesehen von Fahrzeugteilen also da war mal dieser Lichtbogen den man hinten sieht äh zu sehen ähm ein ganz dunkles Bild wo wo andere Silhouetten des Fahrzeuges zu sehen waren aber genau wusste man nichts davon jetzt ist es so dass in der vergangenen Woche auch das Team von ähm ähm Fully Charged bei Leitje mit war ähm und das auch der Tag war wo das erste Mal das Fahrzeug mit seiner eigenen Kraft und eigenens produzierten Energie gefahren ist also auch selbst für die ähm Forscher Hersteller diesem Startup Unternehmen war es das erste Mal das Interessante ist dass das Fahrzeug wie gesagt auf einem super Leichtbau und vor allen Dingen auch mit einem sehr kleinen ähm ähm Dreck-Koeffizienten also ähm CW-Wert äh ausgestattet ist es ist von innen sehr geräumig man kann aber zum Beispiel in der aktuellen Version nicht und so wird es auch wahrscheinlich in der Zukunft sein hinten raus schauen also man hat sozusagen auf der Rücksitzbank hinter einem ist es komplett dicht ähm es gibt noch nicht einen Rückspiegel der soll wohl mit einer Kamera noch ähm ähm weil da würdet ihr auch nicht sehen ähm wie gesagt interessant ist aber auch hier dass hier jedes Rad oder anders die Konstruktion normalerweise ist dass ihr an einer Vorder-, an einer Hinterachse den Elektromotor habt oder im ähm 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 es dann halt vorne und hinten einen Motor gibt ähm und der dann die Räder antreibt hier ist es so dass die komplette Einheit also der Motor der das ähm was für den Antrieb notwendig ist ist hier in der Radnarbe mit drin und das kennen wir auch zum Beispiel von ähm ähm jetzt fällt mir der ähm na wie heißt denn unser Konzept Fahrzeug ähm 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 damals ähm ähm äh ähm 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 ja äh ähm ähm äh die machen das ja auch so vor allen Dingen machen die auch ein Torque Vectoring auf den ähm 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 ja im ähm ähm Hier geht es genau in die andere Richtung. Hier wird dieses Konstrukt eingesetzt, um einerseits Gewicht und Platz zu sparen, weil hier zum Beispiel auch in dem Federweg des Rades sich dieser Motor ja mitbewegt und dieser entwickelte Nabenmotor auch super effizient für die Fahrt ist. Man hat nicht alle Geheimnisse gelüftet, also man weiß nicht, wie groß die Batterie in dem Fahrzeug verbaut sein wird. Sie sprechen ungefähr von 50 bis 75 Kilometern, die man während eines sonnigen Tages in Holland oder in den Niederlanden während der Fahrt wieder dazugewinnen kann. Das Konzept sieht auch vor, dass das ganz normal an einem, ja das ist jetzt auch schwierig, also es ist nicht bestätigt, dass es ein CCS Charger gewesen ist, aber es soll natürlich mit DC Schnellladung auch geladen werden und einer üblichen Typ 2 Steckdose dementsprechend auch. Finde ich ein super interessantes Konzept. So und jetzt kommen wir zu dem, weil es für uns wahrscheinlich nicht interessant sein wird. Man kann das Fahrzeug reservieren. Dazu müsstet ihr dann 150 Steine diesem Entwicklerteam geben. Es soll wohl schon einige hundert Reservierungen in diese Richtung geben, also von Enthusiasten, die dieses Fahrzeug auch wirklich fahren wollen. Und vor allen Dingen erst einmal realisiert auch sehen wollen. Also da sind wohl auch große Interessenverbände drin, die einfach dieses positive Solar Car oder dieses Fahrzeug, was aus dieser Challenge da rauskommt, erst einmal am Markt sehen wollen. Interessant war auch bei den, ich gehe gleich darauf ein, der Raimund hat nämlich was, der schon zugeschrieben hat, eine Vermutung. Wir hatten auch über dieses Fahrzeug mal in einer vorigen Sendung gesprochen, dass es wahrscheinlich gar nicht zu kaufen für die breite Öffentlichkeit sein soll, sondern dass dieses Fahrzeug als Ridesharing nicht, sondern doch als Ridesharing Fahrzeug, also ich miete mir dieses Fahrzeug oder ich lese mir dieses Fahrzeug auch für eine längere Zeit, was ja auch viele Hersteller gerade diese Abo-Modelle vorhaben, dass das kommen soll. All die Hersteller, die das angesprochen haben, also zum Beispiel Volvo hat es ja auch revidiert, man kann auch ein Posterron kaufen, da gibt es jetzt Mittel und Wege für und nicht nur über dieses Abo oder dieses Leasing-Modell dann bekommen, das ist also alles möglich. Jetzt zu der Aussage vom Raimund Stapelfeld. Der Raimund Stapelfeld schreibt, er befürchtet, dass der Leit hier zu leicht für den Radnahm-Motor sein wird, ungefederte Masse. Das ist auch genau ein Thema gewesen, was bei dieser kurzen und noch sehr langsamen Fahrt von Fully Charged in dem Video zu hören oder sehen ist. Ich werde es nachher dann auch in die Beschreibung mit reinhängen, dieses Video. Das Fahrzeug ist super leise, man hört aber, sagen wir es mal so, es sind noch keine Sound-Ingenieure durch das Fahrzeug gegangen, um halt, man sagt immer, Satisfied-Klongs herauszuhören. Also, dass so ein Federgeräusch oder so ein Wackeln an dem Fahrzeug, dass es auch einen wertigen Sound hat, das ist noch nicht da und darauf gehen die dann auch ein, dass sie sagen, ja, das ist eigentlich das fieseste Fahrzeug für einen Entwickler, so ein Elektroauto. Normalerweise hast du halt dieses Summen eines Verbrennungsmotors, der schon sehr viel Lärm macht oder auch andere Geräusche wegschluckt und das ist da eben nicht der Fall. Also, interessant finde ich es definitiv. Ich bin auch total, wie ich schon gerade gesagt habe, bei dem, was der Thomas Havlick hier schreibt, dass das Fahrzeug leider viel zu teuer ist. Warten wir mal ab, das soll ja auch in die richtige Richtung gehen. Selbst wenn ein Leitjahr nur ein Fahrzeug für 160.000 Euro bauen sollte, wenn das erfolgreich ist und das heißt nicht verkauft wird wie geschnitten Brot, sondern erfolgreich vom Konzept ist, dann kann ich mir auch vorstellen, dass es dann in naher Zukunft auch andere Hersteller gibt, die hier in die Massenproduktion gehen und solche Fahrzeuge dann günstiger werden. Und Rimac One heißt das Ding oder Rimac, wie wahrscheinlich mich alle berichtigen werden, dass es aus dem Kroatischen da kommt. Ja, dann ging diese Woche einiges in München, nämlich BMW hat seine Elektromobilitätsstrategie vorgestellt und was da interessant ist, wo wir uns ja auch alle immer so ein bisschen Sorgen gemacht haben, beziehungsweise auch darüber gesprochen haben, dass das vielleicht zu spät sein könnte, wenn sie dann wirklich in die Elektrifizierung reingehen, ist um zwei Jahre verkürzt oder beschleunigt worden. Es wurden Modelle vorgestellt, ich glaube zwölf an der Zahl und es sollen 25 bis ins Jahr 2023 werden. Dabei muss man aber vorsichtig sein, denn diese Fahrzeuge sollen sowohl batterieelektrisch, aber auch ganz viele Hybridmodelle haben. Hybridmodelle in Form von Plug-in-Hybriden. Und was interessant ist, was man in einigen Videos, ich glaube, ich habe das am interessantesten bei Carmaniac gesehen, beim Chris. Es sind halt die Pläne oder die Ideen von BMW, wie sie ihre heute bekannten Marken oder Namen, also die M-Serie, die E-Serie und so weiter und so fort, wie sie diese elektrifizieren wollen und wie sie damit weiterkommen wollen. Und so sehen wir hier zum Beispiel einmal dieses Motorrad, zu dem ich wenig sagen kann, weil ich einfach null Ahnung von Motorrädern habe oder was da toll oder nicht ist. Vom Design finde ich es unglaublich schick. Was mich mehr interessiert hat und vor allen Dingen, was auch der Hintergrund ist, ist das rechte Fahrzeug, der M-Next, den wir hier sehen, was, ich würde schon sagen, ein Supersportler ist. Dieser Supersportler ist eigentlich nicht geplant gewesen, sondern für mich ist das so ein Thema, also vielleicht bestand er auf Reißbrettern oder ist dann relativ schnell entstanden in Form, als man die E8-Serie rausgebracht hat und doch vielleicht sogar von den Kunden, aber garantiert aus der Szene gesagt wurde, dass es eigentlich enttäuschend ist. Man hätte dieses Fahrzeug als vollelektrisches Fahrzeug erwartet, dann wäre es genial gewesen und hätte es halt auch unendlich geile Beschleunigungswerte gehabt. Hier ist es so, dass das Fahrzeug jetzt auch unendlich geile Beschleunigungswerte hat, nämlich unter drei Sekunden von 0 auf 100 beschleunigt. Und damit halt der M-Marke genau sein potentes Image weiterverleitet. Es ist aber nach wie vor ein Plug-in-Hybrid, der mindestens 100 Kilometer vollelektrisch fahren soll und ansonsten einerseits unterstützend für den Verbrauch, also den Verbrauch zu reduzieren des Verbrennungsmotors eingesetzt wird. Andererseits aber auch, wie es ja bei dem Panamera-Hybrid heute ist, als Kraftunterstützung für kritische Momente oder spezielle Momente, also einfach als Beschleuniger zum Überholen oder wenn man wirklich diese zusätzliche Performance braucht oder möchte, dass die dazukommen. So, der Mario Coparetti schreibt schon, das ist doch nur eine Karosserie. Natürlich, dieses Fahrzeug ist, also ich gehe davon aus, oder wir wissen alle, so eine Fahrzeugentwicklung dauert irgendwie zwischen fünf und mehr Jahren. Also ich würde mal sagen, wenn wir im Schnitt dann bleiben, fünf und sieben Jahren wirklich, um ein komplett neues Fahrzeug zu entwickeln. Und das Ding, was man hier gesehen hat, ist in meinen Augen definitiv mit einer sehr heißen Nadel gestrickt worden und auch von dem Farbdesign gewagt. Aber es soll ja nicht heißen, dass sie es nicht bauen können oder nicht bauen werden. Man muss halt auch da, ähnlich wie es auch ja Tesla macht oder machen muss, man muss ja die Fantasie gerade für die Zukunft und wie so ein Konzern sich darstellen wird in den nächsten Jahren, gerade bei den Geldgebern, den Aktionären, wecken. So, wir machen mal weiter. Ich fasse das Ganze auch nochmal mit einem eigenen Kommentar oder mit meiner eigenen Meinung da zusammen, was ich davon halte, was sie da eigentlich gezeigt haben. Was sie nämlich auch gezeigt haben, ist hier ein Konzeptfahrzeug, basierend auf der Dreierlimousine, die nur gebaut wurde als Testfahrzeug, es soll es auch nicht als Elektrofahrzeug irgendwie kommen, um heutige Limits von ultra starken Elektromotoren in der Kombination von drei ultra starken Elektromotoren zu machen. Also hier geht es wirklich darum, zum Beispiel, hier oben wird geschrieben, wie ein Tesla Roadster von der Powered Train her, ja und nein, in erster Linie geht es halt wirklich darum, um Grenzen dieser Technologie der batterieelektrischen Fahrzeuge zu machen. So, und das finde ich persönlich sehr gut, dass man diesen Weg geht. Und ich finde es auch gut, dass man dort nicht einen super Leichtbausatz, so wie wir es gerade gesehen haben mit der Karosserie oder mit dem M-Next, sondern wirklich heute recht erfolgreiche Fahrkonzepte nimmt und dort schaut, was da passieren würde, wenn ich das komplett elektrifiziere. elektrifiziere, elektrisiere, also nicht nur als Plug-in-Hybrid, sondern voll als starkes Powerhouse ein Elektrofahrzeug draus mache. Also ich würde eher sagen, das geht in die Richtung, was könnte ein BMW einem Model 3 Performance vielleicht an Boden wegnehmen oder seine Petrolheads damit, wie soll ich sagen, beglücken. Also finde ich das Konzept gut, gerade weil man daraus sehr, sehr viel lernen wird. Wir werden es wahrscheinlich, oder wir werden es niemals fahren, es sei denn, einer von euch hat die Möglichkeit, dieses Testfahrzeug mal zu fahren und mal auszutesten. Das könnte auch sehr interessant sein. Ja, über dieses M-Fahrzeug haben wir eigentlich schon einiges gesagt und hier ist genau dieses Ease and Boost, also um es zu reduzieren, die Verbräuche oder beziehungsweise um den Extraschub dementsprechend zu haben. Schwieriges Thema. Also wie gesagt, musste ein BMW bringen, damit der Glaube auch weiter dort bleibt. So, was ich aber wiederum sehr interessant finde ist, der CEO von BMW sagt zum Beispiel, dass heute noch kein Markt für Elektrofahrzeuge ist oder rein elektrische Fahrzeuge. Können wir das natürlich als Afford der Elektromobilisten ansehen oder wir überlegen einmal, bevor wir ihn Lügen strafen und müssen ihm dann wahrscheinlich Recht geben, weil die Stückzahl, die ein BMW, ein VW oder auch andere Hersteller heute an Fahrzeugen bauen, wird wahrscheinlich nicht so schnell und auch von den Ressourcen und Batteriefabriken so schnell in reinen Elektro umgewandelt werden können. Was aber dann zum Beispiel passieren kann, ist, wenn man wirklich funktionierende Plug-in-Hybride bauen würde oder baut, so wie es auch hier ja gerade announced ist, die dann echte 100 Kilometer voll elektrisch fahren, weil dann mache ich wahrscheinlich aus einer Batterie, die in so einem Tesla Model S stecken würde, drei bis vier Plug-in-Hybride und wenn man das Ganze dann smart macht und Intelligenz damit einbaut. Und so ist es zum Beispiel, dass diese Plug-in-Hybride, die von VW, VW BMW aus München, die von BMW dort kommen, sollen über ein sogenanntes Forced Geofencing den EV-Mode einschalten. Was ist das? Das ist zum Beispiel die Lösung, wie auch ein BMW auch zukünftig in London reinfahren kann oder in Berlin oder in den drei Städten, die den Klimanotstand in Deutschland bereits ausgerufen haben. Also wenn ich zum Beispiel hingehe und eines Tages nur noch Fahrzeuge mit einem wirklich geringen CO2-Ausstoß oder vollelektrisch präferiere, dann könnte man hier hingehen und sagen, das ist das, was BMW machen wird und sagt, in dieser Geo-Area, diesem Geofence, müssen die Fahrzeuge im Elektromodus fahren. Und das würde definitiv dazu beitragen, dass die Innenstädte wesentlich sauberer von den Abgasen werden. Interessant. Ja, hier ist genau diese Aussage und die wird natürlich hier von Elektrik dann auch gleich als falsch tituliert. Da ist meiner Meinung nach nicht ganz klar nachgedacht worden. Also ich gehe davon aus, dass wir noch viele Jahre ein oder wir erst einmal überhaupt ein einheitliches oder gleichbleibendes Verhältnis zwischen Verbrennungsmotoren und Elektrofahrzeugen überhaupt hinkriegen müssen. Wir haben, es wird einfach nicht funktionieren. Also es ist ja auch schon gut, dass es uns gibt, dass es viele von uns gibt, die über ein Elektrofahrzeug nachdenken und ich mag einfach nur mal zu bedenken geben, wie lange teilweise dort die Wartezeiten sind, bis zu einem Fahrzeug wie ein Kona Elektrik. Wie, es war mit dem Ioniq, war es das gleiche Thema, wie lange die Fahrzeuge nach der Bestellung auf sich warten lassen. So, jetzt sind die Modelle da, die angekündigt sind, die auf den Markt kommen. Lass die erstmal wirklich auf dem Markt als bestellbare Produktionsfahrzeuge sein und die dann auf die Straßen kommen. Und ich denke, wenn wir dann eines Tages mal so im Bereich 10%, 15% rein elektrischer Fahrzeuge sind, dann wird sich schon sehr viel auch von der Infrastruktur ändern müssen oder geändert haben müssen. Und von daher denke ich, dass dieser Ansatz, mehr Fahrzeuge oder Verbrenner mit Plug-in-Hybriden auszustatten, ein guter Weg ist. Also ich meine, bedenkt auch einmal zum Beispiel, was ein Volvo ab dem nächsten Jahr macht. Ab dem nächsten Jahr gibt es bei Volvo nur noch V-Max 180 Fahrzeuge. Also egal, wie potent die Fahrzeuge sind, sagt Volvo, bis zu dieser Geschwindigkeit geht es in erster Linie nicht um eine Ökobilanz oder etwas Ökologisches, sondern bis zu dieser Geschwindigkeit haben unsere Unterstützungssysteme das Fahrzeug so gut in der Hand, dass wir als Volvo keine Verkehrstoten mehr verursachen, produzieren. Und da ist es ja auch so, dass mit diesem Forst-Vierzylinder oder wahrscheinlich auch zukünftig Forst-Dreizylinder-Konzept oder Elektrifizierung mit Plug-in-Hybriden und vollelektrischen Modellen, dass dort mehr und mehr Fahrzeuge kommen werden. So, jetzt gibt es von Raimund Stapelfeld etwas, sind schon wesentlich mehr Städte, die den Klimanotstand ausgerufen haben. Okay, ich hatte das bei dreien, hatte ich es da nicht mehr verfolgt, aber ich hatte gerade London hatte ich im Hinterkopf, Berlin hatte ich im Hinterkopf, Konstanz war es in Deutschland noch und dann wahrscheinlich noch einige mehr. So, dann schreibt der Günther Marschler, BMW hat vollkommen die Orientierung verloren. Die wollen vor lauter Spaß an der Freude am Verbrenner fahren, nicht aufhören, die wohl keine E-Fahrzeuge bauen. Nochmal, also ich kann es mir einfach nicht vorstellen und wenn wir ehrlich zu uns sind, kannst du wirklich jedem in Deutschland ein Elektrofahrzeug geben, der damit klarkäme und der sich nicht super darüber informieren muss, so wie wir es tun. Also, ich möchte nichts anderes mehr fahren, da mache ich einen Haken dran, aber jeder wird schwierig. Und vor allen Dingen, also, dann gab es ja auch diese Woche oder war es letzt, war es Montag? Ich muss jetzt gerade überlegen. Ich habe diese Woche, glaube ich, eine Plus-Minus-Sendung gesehen, da ging es kurz um Elektrofahrzeuge und um die Elektromobilität und wie die Infrastruktur ist. Und da haben sie dann zwei, drei Elektrofahrer gehabt, die eine Zoe fahren und der eine sagte dann, naja, er weiß immer nicht, wenn er an eine Ladesäule kommt, was muss er denn da bezahlen und was muss er denn da machen. Und er hat irgendwie so neun bis zwölf Ladekarten dabei, er kennt aber auch Leute, die haben 20, 25 Ladekarten dabei. Also, ich finde, in 2019 brauche ich maximal zwei. Zwei Ladekarten, das ist einmal die Maingau, mit der kriegt man wahrscheinlich die meisten Ladesäulen schon geöffnet. Und dann als Backup-Lösung entweder Newmotion oder Plugsurfing, weil die einfach das größte Partnernetz dann auch mit drin haben. Und damit kommt man, glaube ich, schon sehr, sehr gut rum. Und wenn es nicht funktioniert, dann gibt es ja auch die Lösung, direkt an der Ladesäule zu zahlen. Dass das besser werden kann, ja. Aber wenn es solche Informationen gibt, oder ich habe auch gestern Abend auf dem Bürgerfest mit einigen Freunden drüber gesprochen, die sind noch so weit weg davon, dass die den Elektrovirus im Kopf haben und nur noch elektrisch fahren wollen. Also, ich meine, ja, da hast du dann, also, wenn die nur noch Elektrofahrzeuge herstellen würden, dann hast du halt volle Showrooms und keiner kauft die Dinger, weil die Leute das einfach nicht in die Köpfe kriegen. Und schwierig. Sehr schwierig. So, sind wir aber beim Thema. Ich spreche es nur kurz an und hänge auch das Video unten mit rein, weil ich nicht möchte, dass ich irgendeinen Copyright-Strike auf dieses Video hier bekomme. Aber dieses Video, was der Arnold Schwarzenegger hier gemacht hat, finde ich sehr bezeichnend. Natürlich ist das etwas überskizziert, aber vieles davon passiert heute ja genauso. Also, es geht einmal darum, dass Arnold Schwarzenegger sich hier als Autoverkäufer ausgibt und in Gespräche geht, wo Leute sich ganz klar für ein Elektrofahrzeug interessieren und dieses haben, kaufen möchten. Und er rät ihn halt mit besonderen Aktionen, sagen wir es einfach mal so, davon ab und möchte halt alles Mögliche machen, damit eben nicht ein EV gekauft wird. Und die Kunden lassen sich dann auch den Manager kommen. Das ist natürlich dann Arnold Schwarzenegger in einem anderen Kostüm. Also, schaut es euch an. Finde ich sehr gut. Und ich denke, solche Spots können zum Umdenken anregen. Genauso wie dieser Audi e-Transport, ob du denn bereit bist für ein Elektrofahrzeug. Ich denke, das ist das, was da die Aussage sein sollte. Ja, der Rheinmann-Stapefeld gibt mir da recht. Das sind ARD und ZDF dran schuld. Und die ganzen anderen Lücken, die die dort senden. Also, ich muss ehrlich sagen, ich war erschrocken, wie wenig Hintergrundwissen dort bei dieser Reportage oder bei diesem Bericht dann da war. Also, das kann ich heute eigentlich nicht mehr senden oder nicht mehr bringen. Das muss ich dann auch selbst kritisch hinterfragen und dann auch darüber berichten, dass es eigentlich nicht so ist. Aber, ja, schwierig. So, dann haben wir davon gesprochen, dass einige Startups und einige asiatische Firmen, Batteriehersteller nach Europa und auch nach Deutschland kommen, um Batteriefabriken zu bauen. Und hier geht ein deutscher Hersteller, nämlich die Acasol, in die USA, in die Nähe von Detroit und baut dort eine Batteriefabrik. Ist jetzt in meinen Augen nichts, was uns beunruhigen sollte. Zeigt aber einfach, dass hier nach den Anfragen oder nach der Nachfrage überall auf der Welt oder dort, wo es von der Infrastruktur her natürlich sinnvoll ist, neue Batteriefabriken jetzt aus dem Boden sprießen. Und es ist halt genau, ich habe es in der letzten Sendung gesagt, das wollte mir man da nicht glauben, das ist dieses Henne-Ei-Prinzip. Es macht jetzt einfach Sinn, Batteriefabriken zu bauen, weil unser Verlangen oder unser Bedürfnis nach Batteriesystemen mal größer wird. Das geht gar nicht nur um Elektrofahrzeuge, das geht auch um Speichersysteme in Häusern, in öffentlichen Gebäuden, wo auch dann durch die Hochskalierung die Preise der Produkte runtergehen und es einfach interessant wird. Und von daher macht es absolut Sinn. Wir wissen, dass in Detroit auch das ein oder andere Fahrzeug noch gebaut wird. Und so hat man dann natürlich genau diese Nähe dorthin. Der Blauzahn ist absolut wahnsinnig. Der spendet gerade 10 Euro für Viacom Aqua. Vielen, vielen Dank dafür. Das ist im Übrigen ein ganzer Brunnen. Für 10 Euro, das ist ein bisschen mehr, das sind glaube ich 14 Euro, gibt es einen komplett zu erschließenden Brunnen, wo Menschen dann freien Zutritt oder Zugriff auf Wasser haben. Vielen, vielen Dank dafür. Kommt definitiv an der richtigen Stelle an. Dankeschön dafür. So, dann geht es weiter mit Tesla. Ja, da gab es diese Woche auch einiges an Verwirrung, darum auch in dem Titel drin. Es gab einmal das Video von Next Move, von den Next News, wo darüber berichtet wurde, dass jetzt wohl doch wieder Minutenpreise an den Superchargern eingeführt werden. Und ist dann teilweise wieder günstiger für bestimmte Fahrzeuge wird, also genau die, die halt schneller laden können. Das wurde dann revidiert und wurde als Software-Bug oder als Fehler dargestellt. Und dann gab es wieder Gerüchte oder beziehungsweise Nachfragen, was ist denn mit diesem Secret Lab von Tesla in der Nähe der Freeman Factory auf sich hat. Und da hat man dann halt, wie soll ich sagen, die Ideen oder das Interesse geweckt, was eigentlich mit der Maxwell-Technologie da passiert. Und wir haben ja auch in den letzten Wochen gehört, und das ist wahrscheinlich der zweite Schritt oder beziehungsweise die zweite Hypothese, nennen wir es einfach mal so, dass Tesla ja wahrscheinlich sein eigener Batteriehersteller wird. Also da ist es ja natürlich auch, wir wissen nicht, wie lange noch diese Partnerschaft mit Panasonic bestehen wird oder verlängert werden kann, sondern dass man hier auch oder ein Panasonic natürlich auch hier ein Interesse hat, andere Hersteller mit Batterien zu versorgen. Und wenn man einen nächsten Schritt, eine nächste Generation der Batterietechnik hat und die eben nicht an alle möglichen rausgehen möchte, weil man diese Entwicklungskosten möglichst schnell auch wieder einfahren will, dann macht es natürlich Sinn, das ganze Thema ein bisschen versteckt, ein bisschen secret zu behandeln. Und ich denke, dass wir definitiv hier eine Technologie, ich weiß nicht, ob es in der Zelle oder dann in dem fertigen Akku, der verbaut ist, mit dieser Maxwell-Technologie sehen werden, dass da vielleicht sogar noch schneller die Fahrzeuge geladen werden können. Wie gesagt, wir werden es sehen. Tesla sagt im Übrigen dazu, dass dieses Secret Lab, dieses Geheimlabor eigentlich gar nicht so geheim ist, sondern dass sie da ganz klar sagen, was sie damit machen oder dass es dieses Lab gibt und dass es nicht geheim ist, dass sie natürlich an den nächsten Batterien arbeiten. Aber da denke ich, wird auf jeden Fall noch ganz viel Musik auch von den anderen Batterieherstellern sein. Gucken wir, wer da wirklich den nächsten Schritt macht. Im Übrigen war es diese Woche oder war es letzte Woche? Schaut mal beim RobinTV vorbei. Der hat nämlich in einer seiner News einen etwas größeren Ausblick gemacht. Was gibt es heute an unterschiedlichen Batteriemodellen? Wie werden diese genutzt? Was sind Zukunftsthemen, die dort noch kommen könnten? Und hat da noch ein bisschen recherchiert und darüber gesprochen. Das hilft sicherlich euch allen ein bisschen weiter. So, ja, dann natürlich wieder eine interessante Mitteilung. Hier wird nämlich die Tesla oder die Tesla Power Packs werden hier eingesetzt, um Elektrobusse zu laden. Das ist genau das, was ich angesprochen habe. Dieses Thema Energie-Storage wird mehr und mehr interessant und vor allem auch bezahlbar durch dieses Hochskalieren. Und so ist es hier, dass zum Beispiel in Südengland 78 Tesla Powerwalls eingesetzt werden, um hier dann das Laden der öffentlichen Nahverkehrsbusse zu realisieren. Also, sehr interessantes Thema. Ja, da weiß ich nicht, was ich dazu, ob das echt ist oder ob das ein Fake ist oder wie das zu bewerten ist. Also, der Artikel weist darauf hin, dass BMW kein Interesse hat, seine eigenen Batterien herzustellen oder ein eigener Batteriehersteller zu werden. Jetzt haben wir vor zwei Wochen, als ich die News gemacht habe, ja gerade gesehen, dass auch BMW sich extrem auch in Norsevolt investiert hat. Von daher weiß ich nicht, ob ich dem Ganzen hier recht geben möchte oder sagen würde, dass das richtig ist. Wenn die Aussage ist, dass sie kein Akasol oder kein Kattel oder kein Samsung SDI werden, da mache ich einen Haken dran, das ist definitiv richtig. Das sehe ich auch so. Aber ich glaube, dass sie schon eng hier mit einem Norsevolt oder mit einem anderen Batteriehersteller zusammenarbeiten werden, um dort ihre Zellen herzuholen. Oder sie sagen halt wirklich, da ist kein Know-how oder keine großen Individualisierungsmöglichkeiten rein von der Zelle. Bei den Akkus wissen wir ja, dass sie sehr gute Akkus bauen und die ja auch sogar in Nicht-BMW-Fahrzeugen eingesetzt werden und gekauft werden. Also die produzieren mehr Akkus, Batterien, die verkauft werden, als dass sie E3s oder elektrische Fahrzeuge bauen. Das ist ja auch ein Fakt. So, nochmal zu VW. Denn VW startet jetzt oder beziehungsweise hat sein Carsharing-Modell mit Elektrofahrzeugen gestartet. Da gibt es jetzt 1500 E-Golfs und im nächsten Jahr kommen dann da auch die ID.3s mit dazu. Das ist natürlich hier diese Erweiterung von dem Angebot, was ein Automobilhersteller hat. Ich denke, da werden wir noch weitere Fahrzeuge sehen. Ich glaube, dass es in den nächsten Jahren definitiv ein Minusgeschäft sein wird. Also selbst, wir sehen es ja mit der Fusion von Car2Go und DriveNow. Das ist schon ein sehr hartes Business. Für uns soll es aber einfach nur mal heißen, dieses Carsharing geht auch jetzt elektrisch in bestimmten Städten. Und ich würde, also ich nutze Carsharing lieber, als ein Taxi zu nehmen oder einen Mietwagen über die gesamte Zeit zu nehmen. Und auch heute, wenn ich zum Beispiel DriveNow nutze, versuche ich in erster Linie erstmal ein E3 zu bekommen oder ein elektrisches Fahrzeug zu bekommen. In Stuttgart gibt es nämlich viele Smarts, E-Smarts. Ich weiß nicht, ob die noch in der Flotte sind, aber als ich das mal gemacht habe, gab es die gerade in Stuttgart sehr viele E-Smarts, als einen Verbrenner zu nehmen. Und wenn ich dann mit WeShare heiße, heißt das Ganze, also das ist auch um dieses We eine Mark oder mehrere Marken gebündelt. Es gibt dieses WeShare, es gibt dieses WePark, was dann der Anbieter von VW für das einfache Ablösen der Parkgebühren in den Parkhäusern genutzt werden soll und so weiter und so fort. Wie gesagt, das ist genau dieser Schritt, das spricht auch der Dies in dem Interview oder in dem Beitrag von Markus Lanz an. Automobilhersteller müssen sich halt jetzt überlegen, wo sie ihr Geld verdienen. Und die wollen nicht mehr Automobilhersteller, sondern Mobilitätsanbieter werden. Und wie gesagt, das wird noch ein interessanter Weg werden und das wird schwer werden, damit wirklich richtig Geld zu verdienen. Wenn es dann eines Tages mal soweit ist, dann wird es sicherlich auch zu einer Konsolidierung am Markt wieder führen. Und dann schauen wir mal, wie es damit weitergeht. Ist auf jeden Fall auch eine schöne und einfache Möglichkeit, mal E-Golf zu fahren. Ja, das ist natürlich, auch bei den Verbrennern gibt es immer wieder mal Rückrufaktionen. Hier ist es so, dass Nio seinen ES8, diesen großen Geländewagen mit der tollen, noch asiatischen KI-Funktion zurückruft, weil es dort bei diesen 5000 Fahrzeugen, die davon betroffen sind, zu spontanen Verpuffungen oder spontanen Entzünden der Batterie kommen kann. Das ist natürlich überhaupt nicht schön und deshalb müssen diese Fahrzeuge halt zurückgerufen werden. Und dann wird halt geprüft, ob da das Akkupack davon betroffen ist und wird gegebenenfalls dann ausgetauscht. Sollte im Übrigen relativ schnell gehen, so ein Akkupack auszutauschen, weil wir sollten uns auch daran erinnern, Nio ist auch dieser Hersteller, der zum Beispiel in den USA diese Batterieswap-Ladesäulen, Tankstellen, Wechselstationen aufbaut. So etwas, was Tesla ja auch in seinen Anfangsjahren mal propagiert hat und wo es ja auch noch schöne Videos zu bei YouTube gibt. Kann ich auch nochmal raussuchen, hänge ich auch mit unten in die Beschreibung mit rein. So, ja, es ist endlich soweit. Ihr habt es wahrscheinlich auch schon bei anderen Kanälen gehört. Ich habe da auch schon mal darauf hingewiesen, dass Toyota auch jetzt den Zahn der Zeit entdeckt hat. Die investieren zwei Milliarden in die Entwicklung von vollelektrischen Fahrzeugen. Das funktioniert natürlich wieder nur über einen Ramp-Up, wo es auch erstmal wieder Plug-in-Hybride geben wird. Das Ganze, finde ich interessant, wird nicht etwa in Japan passieren, sondern in Indonesien. Und in Indonesien ist es auch so, dass es dort eine Unterstützung der dortigen Regierung gibt, um halt genau hier in den EV-Markt zu investieren und diesen auszubauen, was natürlich auch in Indonesien Arbeitsplätze sichert und vor allen Dingen relativ nah zu Japan ist und definitiv niedrigere Löhne hat, aber ein sehr hohes Spektrum an Wissen, was da dann engagiert werden kann oder eingestellt werden kann, ist definitiv ein interessanter Ansatz. Schön, dass es da auch mit Toyota in diese Richtung jetzt endlich geht. Das sind natürlich hier absolute Renderings, also das ist noch weit davon weg, dass man weiß, was da für Fahrzeuge geben wird. Man spricht natürlich von SUV und Multi-People-Carrieren, also diese Van-Größen, die dann da kommen sollen. So, dann gucken wir auf unsere letzte News für heute. Dann gucke ich nochmal gleich in den Chat rein. Und zwar ist hier ein schönes Sketch von dem Porsche Taycan, wie die Produktionsversion wohl aussehen soll, weil wir wissen ja immer noch nicht, wie das Fahrzeug denn aussehen wird, wenn es dann im nächsten Jahr auf den Markt kommt. Und wahrscheinlich für sehr viel Furore sorgen wird, wenn es wirklich mit den 350 Kilowatt beladen werden kann. Vielleicht gewinnt ja jemand oder hat jemand von euch ja gestern die 29 Millionen im Lotto-Jackpot gewonnen und kann dieses Geld dann auch wunderbar in so einen Taycan investieren. Wenn er mich dann zu einer Probefahrt mal einlädt, wäre ich sehr, sehr dankbar dafür. Wird das auch in Bild und Ton festhalten. Ansonsten bleibt mir darauf zu hoffen, dass eines Tages so etwas vielleicht mal wirklich finanzierbar ist oder wie schick dann der kleinere Bruder der Audi e-tron GT dann werden wird. Weil, wie gesagt, finde ich auch vom Design ein absolutes Masterpiece. So, dann sind wir auch diese Woche unter einer Stunde mit den News durch. Natürlich finde ich klasse, gibt uns nämlich die Chance, uns zu verabschieden und ins Restwochenende, ins restsonnige Wochenende zu gehen. Vielen, vielen Dank an alle, die heute mit dabei waren. Das ist, wie gesagt, ein bisschen kurzfristig auch alles aufgesetzt worden, weil Bürgerfest ist und ich beruflich gerade sehr eingespannt bin. Aber es hat ja trotzdem geklappt. Und vielen, vielen Dank auch für die Spende an Viacom Aqua und die Unterstützung des Kanals damit. Und ich freue mich schon auf die nächsten News. In spätestens einer Woche gibt es ein neues Video. Und ansonsten bleibt alles schön fair. Und wir sehen uns dann in einer der kommenden Wochen oder einer der kommenden Sendungen wieder. Also bis dahin, kommentiert schön, lasst noch einen Daumen da und bis bald. Ciao.